Liebe Caro, lieber Daniel, es ist mir wirklich eine besondere Freude und Vergnügen, dass wir euch heute überraschen können mit einer sehr großen Pornisse, mit etwas anderem Besonderem, nämlich einer Auszeichnung, die ihr euch sicherlich mehr als verdient habt. Diese Auszeichnung geht mit euch beiden an eine Band, an ein Elektro-Pop- und Singer-Songwriter-Duo, was nochmal bewiesen hat, dass mit Talent und mit Fleiß und harte Arbeit und auch gutem Teamwork mit eurem Management und all eurem Partner, mit denen ihr arbeitet, dass da einfach immer noch der Erfolg möglich ist. Der Erfolg in Österreich hat ein bisschen auf sich warten lassen, in Deutschland wart ihr schon Superstars, da habt ihr hier immer noch die harte Arbeit geleistet. Ihr wart zum Beispiel im letzten Jahr bei Helene Fischer im V-Programm, zweimal im Ernst-Happel-Stadion. Dieses Jahr habt ihr die 80.000 Zuschauer alleine auf der Bühne beim Donauinselfest geknackt. Das war sicherlich auch ein Meilenstein. Jetzt bei der Star-Nacht aus der Wachau. Und das alles ist auch passiert, weil euch ein Song dieses Jahr wirklich nach oben katapultiert habt und das war das Geile Leben. Das Geile Leben ist sicherlich einer der Hits des Jahres und ich werde nochmal ein paar Zahlen nennen, um das zu untermauern. Die Single ist seit 10 Monaten in den Single-Charts, 14 Wochen davon Top 10. Ihr seid ein Vierteljahr in den Airplay-Charts im Top 10 gewesen. Das sind alles unglaubliche Zahlen und wie gesagt, deswegen auch der Hit des Jahres. Und das alles muss natürlich in etwas resultieren und das ist die Platina-Auszeichnung für euch, für Glasperlenspiel, für geiles Leben. Und das ist ein Applaus wert. So, ich würde jetzt auch gerne noch ein Award an zwei Herren verleihen, die mehr als nur ein bisschen unterstützt haben. Denn die Erfolgsgeschichte von Glasperlenspiel ist wirklich eine Geschichte von immer wieder weitermachen, immer wieder sich neu erfinden, immer wieder versuchen besser zu werden. Und deswegen möchte ich gerne Timo und Holly Holstein auf die Bühne bitten und sie in deinem Award beglücken. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Und alles Gute für heute Abend. Dankeschön! Vielen Dank!